In diesem Video geht es jetzt um die Aussparung für die Batterie-Konnektoren. Ihr könnt euch ja vorstellen, wenn hier oben die Batterien reinkommen, müssen die Kabe ja irgendwo rausgucken. Und das passiert an dieser Stelle hier. Die ist im Detail B hier im Schnitt nochmal vergrößert, hier rechts dargestellt. Alle Maße sind gegeben und es ist eigentlich eine relativ einfache Skizze. Das können wir jetzt einmal zusammen machen. Und zwar muss die Skizze hier draufgelegt werden. Neue Skizze und den Roboter oder das Gehäuse so drehen wie in der Zeichnung. Und dann drückt ihr F7, das kennt ihr ja schon. Und dann könnt ihr hier einmal die Skizze einzeichnen. Ich mache das jetzt aber tatsächlich so, dass ich mir einmal die Geometrie hier rein projiziere. Sonst komme ich durcheinander. Einfach nur so für mich zu Stütze, damit ich weiß, diese Fläche will ich treffen, was wo anfängt. Okay, das ist für mich ein bisschen klarer jetzt einfach. Sonst wäre ich hier durcheinander gekommen. Dann zeichne ich die Skizze jetzt einmal nach oder beziehungsweise die technische Zeichnung. Einmal im Groben hier auf dieser Seite. Machen wir einmal diese Rippe dran. Wir brauchen jetzt hier keine Linie ziehen, weil diese Geometrie, die projiziert wurde, schon als Volllinie gilt. Was ich stattdessen einmal mache, ist, ich aktiviere jetzt die Konstruktionslinie hier oben und zeichne vom Mittelpunkt dieser Linie hier eine Linie nach oben. Ihr müsst aber wirklich gucken, dass er nicht hier eine Linie nimmt, die länger ist, sondern das muss wirklich einfach von dieser Linie zu dieser Linie der Mittelpunkt sein. Und das fängt er jetzt. Ich ziehe die Linie hoch, drücke Escape und deaktiviere die Konstruktionslinie wieder und spiegle mir das hier jetzt schon mal rüber. Und er hat direkt alles mit markiert, was ich eigentlich nicht mit markiert haben wollte. Ich drücke jetzt einfach STRG und demarkiere das wieder und sage jetzt Spiegelachse anwenden, fertig. Und jetzt kann ich das Ganze bemaßen. Aber das brauche ich nur auf einer Seite machen. Von hier bis zu dieser Ecke haben wir 5,3 Millimeter. Der Winkel ist 45 Grad. Und die Breite ist 2,5 Millimeter. So, jetzt ist es auf beiden Seiten schon direkt bemaßt. Und ich mache jetzt hier unten noch eine Linie rein. Die bemaße ich von hier oben aus gesehen mit 23,5 Millimeter. So, ich beende die Skizze einmal. Und jetzt ist die Idee, das Ganze zu extrudieren. Also diese Fläche hier zu extrudieren. Und zwar ist es auf diese Ebene hier. Und das Ganze dann auszuschneiden. Und dann im Nachhinein hier die Radien dran ziehen. Aber man kann bei dieser Skizze auch überlegen, ob man jetzt direkt schon die Radien rein macht. Vorteil, der Baum würde hier etwas aufgeräumter sein. Deswegen mache ich das jetzt auch mal. Beides ist im Endeffekt richtig. Das ist manchmal auch so ein bisschen Geschmackssache. Ich könnte jetzt die Radien schon im 3D dran ziehen. Ich mache es aber nachträglich jetzt hier in der Skizze. F7. Den Roboter drehen. Und dann ziehe ich mal die Radien rein. Und was ihr dann merken werdet, ist, dass der Radius hier nicht geht. Weil diese projizierten Linien, die berechnet er bei den Radien nicht mit. Das heißt, wenn ich jetzt mit einem Radius hier arbeiten möchte, dann muss ich mir halt da noch mal eine Volllinie hier lang ziehen. So. Die ist jetzt hinter der gelben projizierten Fläche. Finde ich ein bisschen ungünstig. Aber ich hoffe, die Rundung erkennt das jetzt. Von hier nach hier. Ja. Soll ein Radius gezogen werden von insgesamt 5 mm. Also hier oben 5 eintippen. Und, ja, das hätte ich vorher machen müssen. Aber wir müssen es ja auch noch auf der anderen Seite machen. 5 mm. Und wir können diesen Radius jetzt natürlich auch im Nachhinein noch ändern. 5 mm. Also das wollte ich noch mal kurz zeigen. Es gibt auch die Möglichkeit, die Radien hier in der Skizze anzuziehen. Und dann kann ich extrudieren. Und habe den Radius dann halt nicht mit im Baum, sondern in der Skizze. Vorteil, ich habe hier nicht ewig viele Radien dran. Hier bietet sich das tatsächlich meiner Meinung nach auch an. Hätte man hier in der Grundskizze tatsächlich auch schon machen können. Aber es gibt so ein paar Formen und ein paar Konturen, wo das halt wirklich schwierig ist. Zum Beispiel hier müssen wir es dann im Nachhinein auf jeden Fall im 3D noch machen. Das konnten wir eben in der Skizze, die wir hier oben drauf gelegt haben, nicht machen. Also das wäre so ein Radius für den Baum. Und hier wäre es ein Radius für die Skizze. Das Outcome ist ja dasselbe, aber der Baum ist hier an dieser Stelle ein bisschen aufgeräumt. Die Extrusion benenne ich jetzt hier noch um. Aussparung für Batterie-Connector, dann speichere ich und dann geht es im nächsten Video weiter.